. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer! Im Advent taucht regelmässig die Forderung auf, dass es noch der eine oder andere verkaufsoffene Sonntag im Jahr mehr bräuchte. Ich bezweifle das stark. Es gibt in unserer Gesellschaft schon viele Bereiche, die jetzt schon regelmässig am Wochenende gearbeitet werden. In der Pflege, im Spital oder in anderen Notfallorganisationen. Im Tourismus, im öffentlichen Verkehr, im Gastgewerbe und in der Kultur. Und auch zum Teil schon im Verkauf. Als Pfarrer und als Mann einer Pfarrerin bin auch ich selber bestens vertraut mit regelmässigen Arbeitszeiten am Wochenende. Wenn die Leute am Sonntag in die Kirche kommen oder am Samstag in Religionsunterricht, dann wird im Pfarramt gearbeitet. Darum sind bei uns pro Jahr etwa drei Wochenende, wo wir zwei Tage ganz frei haben als Familie und etwas unternehmen können. Einmal richtig ausschlafen oder zwei Tage wegfahren ist bei uns die absolute Ausnahme. Vielleicht denken Sie jetzt, dass ich einfach den falschen Beruf habe oder dass ich mich besser organisieren müsste. Aber so einfach ist es halt nicht. Auf der einen Seite habe ich meinen Beruf sehr gerne und auf der anderen Seite machen Sie einmal pro Woche unter der Woche regelmässig zwei Tage frei, wenn Sie Kinder in der Schule haben. Oder treffen Sie sich einmal mit Freunden unter der Woche auf einen ausgelassenen Abend, wenn alle am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Sie merken es, so einfach ist es mit diesen freien Tagen für die Leute, die am Wochenende regelmässig arbeiten, gar nicht. Während des Veranstaltungsverbot in der Corona-Pandemie habe ich zum ersten Mal in meinem Berufsleben regelmässig am Wochenende frei. Für meine beiden Kinder, meine Frau und mich, war das eine ganz neue Erfahrung. Erholung und Familie kamen auf ihre Kosten wie noch nie. Wir haben das sehr genossen und mir wurde dadurch bewusst, was für ein hohes Gut ein freies Wochenende ist. Natürlich wünsche ich mir nicht einen zweiten Lockdown. Aber mit dieser Erfahrung kann ich zu allem, was die Sonntagsruhe oder das freie Wochenende irgendwie weiter einschränken will, nur Nein sagen. Arbeiten ist wichtig. Es kann sogar Gottesdienst sein. Aber wie Martin Luther sagt, man kann Gott nicht allein durch das Arbeiten dienen, sondern auch durch Feieren und durch Ausruben. Darum sollen die Leute am Wochenende doch frei haben. Sie sollen Zeit haben für sich, für Freunde, für die Familie und um sich zu erholen. Der siebte Tag, das sei ein Tag für die Menschen. Ein Ruhetag, so wie es in der jüdisch-christlichen Tradition geboten ist. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Ife wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020